In diesem Video zeige ich zwei einfache Techniken, wie man Kratzer, Stellen und Löcher im Laminatboden verschwinden lässt, sodass dieser Kratzer am Ende so aussieht und diese schadhafte Stelle beispielsweise nach der Reparatur nicht mehr so ins Auge fällt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. An meinem Laminatboden ist ein Kratzer entstanden und an einigen Stellen sind Teile des Dekors abgeplatzt. Diese Schäden will ich im Folgenden ausbessern. Zum einen, weil sie unschön aussehen und zum anderen, weil die schadhaften Stellen anfällig für Feuchtigkeit sind. Im allerschlimmsten Fall quillt das Laminat auf, wenn beim Bodenwischen Feuchtigkeit eindringt. Bevor wir uns eine Reparaturtechnik für größere und tiefere Löcher oder Schadstellen anschauen, hier zunächst eine sehr einfache, aber effektive Variante für oberflächliche Kratzer. Dafür benötigen wir nur etwas Öl und ein Tuch. Das kann beispielsweise Babyöl sein, aber auch einfaches Olivenöl aus der Küche. Von dem Öl geben wir etwas auf ein Küchenpapier und reiben es dann in den Kratzer ein. Hier sieht man schön, wie der Kratzer dadurch fast verschwindet. Das Öl sorgt dafür, dass die Oberfläche vom Laminat wieder versiegelt wird. Mit einem weiteren sauberen Küchenpapier sollten wir im Anschluss überflüssiges Öl aufnehmen. Ansonsten kann das Laminat an der Stelle ziemlich rutschig werden. Der Kratzer ist so gut wie verschwunden und nur noch bei genauem Hinsehen im richtigen Winkel erahnbar. Diese Variante ist bei tiefen Kratzern oder größeren Stellen, wo die Oberfläche abgeplatzt ist, allerdings nicht geeignet. Für solche Fälle bietet sich das Ausbessern mit einem Reparaturset für Laminat und Parkettböden an. Es besteht im Wesentlichen aus Hartwachs in verschiedenen Farbtönen, einem Schmelzgerät für das Wachs, einem Spachtel mit Hobel und einem Schleifschwamm. Für die Reparatur sollten wir zunächst überprüfen, dass keine losen Teile in der Stelle vorhanden sind und diese gegebenenfalls reinigen. Hier sieht das schon gut aus. Dann können aus dem Reparaturset die passenden Farbtöne herausgesucht werden. Häufig müssen dazu mehrere Farben kombiniert werden. Das Schmelzgerät wird mit Batterien ausgestattet und dann eingeschaltet. Der Knopf muss dabei gedrückt gehalten werden. Wenn das Gerät aufgeheizt ist, können kleine Stücke des Wachses geschmolzen werden und in die Schadstelle gefüllt werden. Üblicherweise fängt man dabei mit den helleren Farbtönen an und arbeitet sich dann zu den dunkleren Tönen vor. Die Stelle darf leicht überfüllt sein. Im Anschluss lassen wir das Wachs ein paar Sekunden abkühlen. Etwa 10 bis 15 Sekunden sind bereits ausreichend. Dann nehmen wir den Hobel und tragen die Überstände vom Wachs ab. Hier nur mit leichtem Druck arbeiten, denn es soll nur die Überstände entfernt werden, nicht aber das Wachs in der Stelle. Je nach Größe der Stelle und der Optik des Laminats kann man nun noch mit dunkleren Farbtönen versuchen, die Maserung des Laminats nachzuahmen, sodass die Stelle nicht mehr so ins Auge fällt. Ich habe hier darauf verzichtet, da ich mit dem Ergebnis bereits zufrieden bin. Zum Schluss können wir die letzten Reste vom Hartwachs noch mit dem Schleifschwamm entfetten. Dadurch wird auch der Glanzgrad der Oberfläche angepasst. Am Ende sieht das Ergebnis nun so aus. Für mich zufriedenstellend. Schicker als vorher sieht es allemal aus und besser geschützt ist das Laminat nun auch. Hier nochmal der direkte Vergleich zu vorher. Habt ihr noch andere Tipps zum Entfernen von Kratzern und Stellen im Laminat? Dann schreibt gerne einen Kommentar unter dem Video. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Kanalabo. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.